Man fragt sich selber was und dann... Ja, natürlich! Ja! Das ist doch völlig behämmernd! Haben das alle verstanden hier? Also das ist eine zwanghafte Person, die sagt immer, was ich nicht anders kann und stellt sich die ganze Zeit Fragen. Ja klar, ganz normales Konzept. Wir machen Applaus, Applaus, Applaus! Yes! Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Falsch aber Lustig! Wenn ihr da seid, seid ihr auf YouTube. Wenn ihr hierbleiben wollt, lasst ein Abo da, aber gerne. Was lassen wir da? Abos lassen wir da. Schön! Schön, schön, schön! Vielen Dank an Berlin! Vielen Dank an die Reda Butzke! Und auch heute geht es wieder darum, nicht die richtige Antwort zu finden, sondern die Antwort, die am lustigsten ist. Warum, Moritz? Sollt ihr versuchen, die lustigste Antwort zu finden? Natürlich, weil ihr ja wollt, dass euer scheiß Bild in diesem abgewrackten Scheißding hängt. Weil das ist ein Gewinn. Das ist ein öffentlich-rechtlicher Gewinn. Und wer versucht es heute? Wie jedes Mal! Phyllis Tastan! Dieses Mal dabei, Donny O'Sullivan! Und last ist das Biest, Till Reyners! Und damit kommen wir zu unserem ersten Spiel. Das heißt, wie war nochmal die Frage? Ich werde euch jetzt Antworten nennen und ihr sagt mir denn, wie war nochmal die Frage zu dieser Antwort? Till, wie ist die Frage zu der Antwort, weil ich nicht anders kann? Donny, warum benutzt du zum Zählen die Finger? Das ist er. Donny, weil ich nicht anders kann. Wie war nochmal die Frage? Wieso hast du so oft Sex mit Till Reyners Mutter? Weil ich nicht anders kann. Das ist keine Frage, die du so beantworten solltest. Phyllis, was ist die Frage? Warum mache ich Urlaub in Cottbus? Weil ich nicht anders kann. Till, wie war nochmal die Frage? Phyllis, warum riechst du an deinen 14? Scheiße, ich habe was ähnliches. Es macht gar keinen Sinn. Warum? Weil ich nicht anders kann. Du sagst ja, weil ich nicht anders kann. Nee, du sagst dann, weil ich nicht anders kann. Nee. Achso, ich sage das. Wäre ja völlig Banane. Ja. Das würde ich nicht antworten. Ich weiß auch. Auf die Frage. Das wäre ja Quatsch. Donny, weil ich nicht anders kann. Das ist so dumm. Ich hatte noch, warum riechst du so oft an deinem eigenen Sack? Ah ja. Ja, fällt in die gleiche Kategorie, würde ich sagen. Ja, aber jetzt hat sich das so etabliert, dass wir alle quasi denken, das ist seine Frage. Ja. Ja, jetzt habe ich auch, ich habe auch wirklich einen Knoten im Kopf. Wollte ich nicht anders kann? Bitte? Wollte ich nicht anders kann? Wollte ich nicht anders kann. Okay. Phyllis. Warum esse ich Sellerino frisch vom Markt? Ich will jetzt einfach was Liebes sagen, weil die ganze Zeit über Säcke und so. Säcke und Fürze. Ja, das ist so Männerkrams, ne? Jetzt keine Ahnung. Till. Moritz, warum trägst du eine Gasmaske und bist eingeschmiert mit Nutella? Weil ich nicht anders kann. Na, und dann sagt Moritz, das ist das nicht anders kann. Ich verstehe das nicht. Ja, aber wo ist denn da der Gag? Also, weil ich kann ja anders. Ich kann mich ja auch mit Marmelade einreiben. Ich habe mir vorhin so in Nutella mit Gasmasken gesagt. Ja, ich kann. Ist doch witzig. Ist doch ein Bild für die Götter. Ja, aber es hat ja keiner gelacht. Ja, nun. Kostverächter. Perlen vor die Säule. Na gut. Hat noch jemand einen? Ja, Donny, warum bist du heute angezogen wie ein BWLer? Das ist mir da aufgefallen. Was auch immer ich mir dabei gedacht habe. Das ist ein bisschen doll, ne? Also, es ist gar nicht besser. Ich habe sogar eine scheiß Uhr und die funktioniert nicht mal. Phyllis, hast du noch was? Warum weise ich Lieferantenhof-Fahrer in der U-Bahn drauf hin, dass sie betrügen? Ach so. Das ist jetzt wirklich das Spiel ist so, man fragt sich selber was. Ja, natürlich. Ja. Das ist doch völlig behämmert. Haben das alle verstanden hier. Ja, aber wieso sollte ich mich denn selber was fragen? Ja, aber das fragst du nicht anders kannst. Weil du nicht anders kannst, genau. Ja, ich verstehe. Also, das ist eine zwanghafte Person, die sagt immer, weil ich nicht anders kann. Und dann stellt sich die ganze Zeit Fragen. Ne, klar. Ganz normales Konzept. Wir haben noch eine zweite Frage. Wir haben noch eine zweite Antwort. Ihr sagt mir die Frage. Die Antwort ist eineinhalb Eier. Was hattest du bei deinem letzten KitKat-Besuch im Mund? Phyllis. Was hat man, wenn man alle Geschlechtsteile der Männer auf der Bühne hier zusammenzählt? Ich weiß, wo die Hälfte ist. Hast du gesehen? Ich hab's umgedreht, ne? Ich hab's umgedreht. Ja, Mann. Die haben mir jetzt gezeigt. Ja, Mann. Die dachten alle, weißt du. Ja, ja. Tee. Was besser als ein Ei? Weil ich hab auch so ein ähnliches. Ja, weil ich hab gedacht, das ist auch immer was Nettes hier. Nicht immer nur so ekel, ekel. Ich hab auch so ein ähnliches. Wenn du vier Eier hast und zweieinhalb fallen dir runter, wie viele Eier hast du noch übrig? Genau. Andernhalb Eier. Wie ist die Frage? Wie Moritz ist mittlerweile dabei, wie ist die Frage? Also als wäre das so ein Code. Wie ist die Frage? Du kommst hier nicht rein. Wie viel Kaviar kann ich mir von der Gage hier leisten? Vielleicht. Das kommt ungefähr hin. Till? Aber das ist auch manchmal das Codewort für Code. Okay. Wo sind die Leute aus dem Berghain? Im Berghain. Stimmt, schon wieder Dienstag, ne? Ja, ja. Till, die Antwort ist eineinhalb Eier. Wenn man einen Gebrauchtwagen hinterher fragt, was kostet der Opel Corsa? Ja, anderthalb Eier. Ja. Wie lange ist das? Sorry. Sorry. Ich wollte es wieder erklären. Ne, mach mal. Jetzt bin ich aber gespannt. Ne, weil ich finde ein Ei ist so ein Tausender. Und anderthalb Eier sind jetzt so anderthalb tausend Euro. Das wird ungefähr hinkommen. Ich habe mich da... Ja, ich habe halt... Ja, Entschuldigung, aber ich denke, ich merke gerade hier, ihr habt kaum recherchiert. Und ich habe halt noch geguckt, wie viel kostet ein Opel Corsa. Und ich sage mal so 96er, meistens so anderthalb tausend Euro. Nach Schlacke BAT oder wie das da heißt. Nach Schlacke BAT. Nach Schlacke BAT. Das ist so eine Liste, eine Tabelle, da kann man dann gucken, wie viel der noch wert ist. Weil du guckst mich so an wie so ein BVG Heavy User. Oder? Hast du ein Auto? Ja, siehste. Okay, es steht fest, keiner dieser Menschen hat auch nur im Ansatz dieses Spiel gewonnen. Das heißt, die Hürde ist anscheinend so niedrig, dass wir auch fragen können, Leute, da draußen, habt ihr vielleicht bessere Ideen? Dann schreibt doch die entsprechende Frage. Wohin? Am besten in die Kommentare. Ja, weil ansonsten... Also man kann es doch auf die Schreibtischunterlage schreiben und dann fotografieren und mir persönlich schicken. Und dann schreibt mich es gerne bei YouTube rein. Also das ist für mich überhaupt kein Ding. Da sieht man mal, wie wichtig Kommis sind. Das war Spiel Nummer eins. Kein Applaus für alle drei! Nein, Leute, seid ihr noch da, oder was? Was ist denn los bei euch? Das ist dieses öffentlich-rechtliche Publum, was hier reingekarrt wird. Spiel Nummer zwei. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel heute Abend, muss ich ehrlich zugeben. Es heißt Hate aus Leidenschaft. Aufgabenstellung ist folgende. Ich werde den dreien jetzt gleich positive Good Feelings... Kennt ihr diese Feel-Good-Nachrichten? Dieses Positive-Nachrichten, endlich mal das. Das zeige ich euch. Und ihr müsst mir dann Hasskommentare verfassen. Das wird richtig, richtig gut. Nachricht Nummer eins. Ihr könnt die bei euch auch noch mal ein bisschen nachgucken. Nachricht Nummer eins ist Fahrradspendentour für Igel. Genau. Das ist eigentlich... Das ist... Man hört nur... Oh, Igel! Aber nicht alle Menschen sind so. Einige Menschen sind auch wie Till Reyners. Ja, Deutschland geht's wohl zu gut. Ja, jetzt bekommt schon Igel Fahrräder gespendet. Ich konnte mir nie ein Fahrrad leisten. Aber klar, wir sind ja das Sozialamt der Welt. Da zahlen wir gerne dem Herrn Igel sein Zweirad. Ich habe eine ganz ähnliche Richtung gehabt. Ja, das ist... Es geht, glaube ich, alles in die gleiche. Sehr realistisch auch, dass das passieren würde. Oder? Ja. Igel innen, bitte! Auch gut. Oder? Schön. Auch wenn's... Kürzer, aber... Ja, ja, es kürzer, aber mehr die Tanur. Ja. Ja, stimmt. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Flieg innen, bitte. Oh, nee, bitte nicht. Phyllis? Ähm, jetzt verkleiden Sie schon Syrer als Nagetiere, um Spenden zu sammeln. Jesus, fuck! Ihr wolltet Hasskommentar hören. Aber das ist gut, weil ich hab was ganz ähnliches. Englische Igel bekommt Geld und wir müssen hier Flüchtlinge aufnehmen. Mit aber so ganz vielen Ausführerzeichen und Einsen. Einer Eins. Einer Eins. Ja. Weil die Menschen lernen dazu. Früher waren's vier Einsen, aber heute nicht mehr. Ja. Und da hätte ich gesagt, äh, wenn das so weitergeht mit der rot-grünen Volksverdummung, machen wir bald nur noch Kuchen-Tomulas für irgendwelche Kröten. Aber keiner geht mehr in die Fabrik und baut Panzer. Die sind das Fundament unseres Wohlstands, aber das will ja keiner hören. Du hast gleich Aufsätze geschrieben, kein Kommentar. Da ist so viel in dir drin. Aber so sind die Hasskommentare. Hasskommentare sind nie quick and dirty, sondern die sind immer long and dirty. Wir haben noch eine Feelgood-Nachricht. Die Feelgood-Nachricht ist, Bakterien verspeisen und verdauen Plastik im Meer. Wie lauten die Hasskommentare, Till? Ja, aber nicht meine Bakterien. Das würde ich denen verbieten. Finde ich komplett daneben. Ich habe auch keine Verdauung im Meer. Sollen Bakterien jetzt mehr Rechte haben als wir Menschen? Denk da mal drüber nach. Scheiße, du beschäftigst dich viel mit dem Thema. Ja, weil die haben Verdauung im Meer. Habe ich auch nicht. Phyllis, wie lauten die Hasskommentare zu der Nachricht? Bakterien verspeisen und verdauen Plastik im Meer. Ja, und? Ich esse und verdaue Plastik jeden Tag beim Chinesen. Das kriegt jetzt mehr nachher, oder? Wir sagen mal, Till liebt's. Wir haben noch eine dritte Nachricht. Die Nachricht ist, kostenlos Straßenbahn fahren in Neusser Innenstadt. Hasskommentare bitte bei 3, 2, 1. Jetzt, Phyllis. Bringt nichts, will eh keiner hin. Ja, das ist so ein halber Hasskommentar, wo Leute aber denken, ja, Stimmt, Neuss ist wirklich, sollte wirklich zerbombt werden. Ja, ja, genau. Ja, toll, gerade in Neuss, wo sie es brauchen, wo sie das Geld auf die Straße kacken. Wir bräuchten das viel lieber in Paderborn. Ja, mag ich. So ein ganz ortspezifischer Hasskommentar. Ja, kommt ein Hass aus Paderborn manchmal rüber. Ja, von einem so überbordenden Lokalpatrioten aus Paderborn. Donny. Ich habe so ein kleines Extra. Also der Nutzername ist Who Problems for Future. Ja. Und er sagt einfach Fuck You Greta, so unter diesem Beitrag. Ja. Aber das sehe ich ständig. Und bei den Leuten, kennst du das, gehst du auf denen, ihre Facebook-Profil, das sind immer so Typen mit so einer Oakley. Und dann guckt man so, was sie sonst teilen, das liebe ich. Ich bin da so, ich kann da, ich kann da den ganzen Tag, kann ich das machen. Aber richtig viel abgeguckt hast du ihn nicht davon. So Oakley hinten rum. Und vorne das Ding. Und jetzt haben wir eine kleine Überraschung. Wie, das war's? Habt ihr noch mehr? Äh, äh. Nee. Aber ihr werdet schon bezahlt für heute, ne? Das ist euch klar. Ja, ich habe auch noch, aber das ist alles tot. Ja, dann machen wir noch eins. Du, ich habe hier noch 17 vorbereitet. Wir machen jetzt so lange, bis der Laden hier brodelt, ey. Die gute Nachricht ist, Neuseeland verteilt gratis Tampons und Binden. Und ich muss meine Kondome noch selber kaufen, oder was? So, 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 so. Hey, einmal! Und wir sind right on track! Oh, der Move hat aber alles wieder kaputt gemacht. Ganz ehrlich, das erste, was ich gedacht habe, das können wir rausschneiden. Genau in die Richtung hätte ich auch. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ja, aber es ist genau, aber es ist genau das toxisch-Männliche, was die Person braucht in den Kommentaren schreibt. Oder Leute! Ich boxe Feministen! Wie auf dem Stepper, Alter. Till, wie ist die Hastner-Kommentar? Ja, vielen Dank. Ich blute nicht. Entschuldigung. Es geht so, es geht so. Das ist mir das Dümmste, was ich jemals fühle. Entschuldigung, dass ich nicht blute. Kriege ich auch was umsonst, einen Grill oder so. Phyllis, wie haut sich der Gas-Kommentar? Warte mal. Und was kriegen wir Männer gratis? Endlich gut gelaunte Frauen? Sauer! Lady! Das war wirklich toxisch-männlicher als die meisten Männer, die ich kenne. Du kannst so gut für Männer-Zeitung schreiben, Alter. Das ist so geil. Das ist ein Incel-Blog einfach. Ich bin ein Mann und rassistisch. Das ist das Geilste. In dieser... Ich habe noch eins sogar. Ja, natürlich hast du das. Die brauchen keine Gratis-Tampons, die brauchen Gratis-Kochkurs. Ich war da voll drin. Mach weiter, mach weiter. Das machen wir alles, das laden wir so hoch. Cool, eine neue Folge Herr der Binden. Das ist doch gut. Schaut nach Osten am fünften Tag des Morgens. Oder dritter Tag, jetzt kommen die ganzen Nerds. Naja, aber Gandalfi hieß ja früher ganz anders. Ja, irgendwie so ein Scheiß wie Galandriel oder so ein Scheiß. Ja, das ist ja mega interessant. Das ist mir noch... Ey, ganz ehrlich, mich holt das hier gerade ab. Der heißt auf Elbe... Wer weiß, auf Elbe scheißt der anders. Ich hätte einen da noch gehabt mit den Tampons. Ja. Wenn ich darf. Ja, klar. Ey, was bescheuert ist. Ey, Tampons kann man ganz einfach selber herstellen. Stimmt. Aus... Watte. Lachs. Watte. Watte. Zum Beispiel. Ja, sind wir ganz ehrlich. Auch das zweite Spiel hat ehrlich gesagt niemand von euch gewonnen. Deswegen geht es nun darum, wer das dritte Spiel mit einem einzigen Punkt den ganzen Abend hier gewinnen kann. Yes! Ich habe das mit der... Was heißt, du sind alle verliebt? Mit der letzten Tampons-Frage, die war doch gut. Ja, ich fand auch. Phyllis hat da ganz schön abgehauen. Phyllis fand ich auch. Das ist hier kein... Phyllis! Ja, Wolz! Gegen Moritz! Phyllis! Phyllis! Wer ist dafür, den Moderator auszutauschen gegen Phyllis? Ich wollte mich... Ich habe mich ein bisschen tragen lassen. Sorry, Moritz. Genau. Ja, so hat das angefangen. Und zack, morgen sind wir in Danzig. Wegen solchen Leuten wie dir. Moritz, Satire kennt keine Grenzen. Auch nicht die Oder-Nicer-Grenze. Was denn? Also, naja, gut. Ja, du, ab dem Punkt nehmen wir, was wir kriegen können. Spiel Nummer drei heißt, wann war das nochmal? So, funktioniert so. Ich ordne gleich jeweils ein fiktives Zitat euch zu. Jeder von euch bekommt ein... Das ist ein bisschen komplizierter. Ihr müsst jetzt aufpassen. Ist schon sehr spät, ne? Aber ich werde jetzt gleich Till ein Zitat zuordnen. Okay. Und dann müssen die anderen beiden aber erklären, wann Till das gesagt hat. Okay. Okay. Aber ich bin ja dann erstmal fein raus. Weil ich muss erstmal gar nichts sagen, ne? Ich sag erstmal gar nichts. An der Stelle. Okay. Ihr... Mox-Mäuschen-Stelle. Es fühlt sich hier wirklich langsam an wie Zivildienst. Ey, das ist wirklich... Quiet. Also Leute, alle anderen auf der Bühne. Wann hat Till gesagt, 500.000 sollten genug sein? Was für eine Situation war das? Als Till sagte, 500.000 sollten genug sein? Als man ihn gefragt hat, wie viele Tamponsfrauen gratis kriegen sollten. Als Till gestern mit seinem Management telefoniert hat und sie ihn gefragt haben, wie viel Gage er für heute haben bekommen soll. Till, aber an dich mal die Frage. Wann hat Phyllis gesagt, das Ausmaß der Zerstörung hat mich überrascht? Das sagt sie jedes Mal, wenn sie kacken geht. Ja, tiefhängende Früchte sind immer noch Früchte. Mein Gott. Klar. Donny, auch eine Idee. Als sie gestern Abend von ihrem letzten Clubbesuch erzählt hat und davor gesagt hat, ich bin reingekommen und hab den Swag extrem aufgedreht. Darf ich auflösen? Ja. Das war, als Phyllis dein Haus gesehen hat. Ja, kann ich so bestätigen. Aber wann genau, Phyllis, hat Donny eigentlich gesagt, früher war das einfacher? Als Friseure ihn gefragt haben, ob sie seine Haare färben können. Till, als er versucht hat, im Matrix Frauen aufzureißen. Das stimmt tatsächlich. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Gewonnen hat den Bilderrahmen. Toll! Freuen wir uns. Großen Applaus nochmal für das Fritz-Logo. Wir lassen aus. Das war's für heute mit Falsch, aber lustig. Schön, dass ihr dabei wart. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wenn euch das hier gefallen hat, findet ihr es hier und natürlich da auch da. Weitere Videos schreibt mir in die Kommentare. Denkt an die Glocke und lasst uns ein gewicktes Abo da. Moritz Neumeyer! Ja. 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 Ja.